Auf den Körper, wo wir am Brusten machen, und zwar, wir starten wieder hier, machen hier koordinative Übungen, was heißt, Skippings, und hier zunächst, ein, genau, du kannst ein bisschen aus der Hand schießen, und zwar, lass die Teute hier stehen, in Torwartposition, das heißt, auf die Vorderflüche, nicht hinten auf den Fersen, bist du nach vorne gebeugt, und dann den Bein vorne fangen, und wirklich, versuchen wir mal, den Schritt nach vorne zu machen, und nicht nach hinten umzuteilen, auf gar keinen Fall den Schritt nach hinten, am besten den Schritt immer nach vorne zu machen, ok?